wir sind wieder back am start und mario potty 3 ihr wisst es was du übrigens im letzten brett mit mir gemacht hast das kriegst du wieder ich werde das ich werde das ding gewinnen und dann gibt es für eine pc und jemand der kein spiel hat genau das opfer das tut ein bisschen weh für waluigi wahrscheinlich aber der ist ja eh nicht externe so das letzte brett steht an das bitte nicht das habe ich gemacht auf und zwar die gruselgrotte glitzer klunk kribbelkrabber standard boni muss natürlich an und ja ohne das spiel verschlecht im mario potty 10 oder was ohne bonus ist so schlecht ja schlecht aber die mucke fand es ja geil ne ich weiß gar nicht ganz hermann den kann super coolen ghost stage 1 nehmen als endkart mache ich bei dem part und ein bisschen green noch so gemischt hier weg mit der scheiße 10 984 7 westig aber mit einer sieben das ist schon echt let's go ich bin letzter aber man muss ja die menschens hier wahrnehmen warum guckt er so aggressiv du wixx hat ja die mucke kennst du noch ja die war gut das heißt das zeichnet mich richtig grad war das spektrobes teil 1 purensohn die klatschen weg in mein kopf ins gesicht wie zeit magic alien richtig gekümmert hat dem einmal ein feld ins gesicht und steht in ihm da ist die keller slug wir sind im keller vom bros ist den opfern ja jetzt bist du dran juckt auch kein kannst ja auch ein punkt tun oder was er ist sehr gut gucken ob ich das ein item glück habe wie generell hier habe ich echt viel luck gehabt mit den fragen ich habe immer fragen warum ich habe noch einmal oder zweimal so mini spiel ich hoffe du stirbst so ne leute ich muss 1 das letzte mal rechnen weil 1 6 ist schlecht ja 8 wäre sogar echt geil gewesen ich komme wieder ich komme wieder was das war was alter schwing den kock platzieren also ja wir müssen einfach nur das holz spalten wie geht das überhaupt ach so nein die brücke ist links die brücke ist immer links nein ich bin ein honk jetzt geht's ab hier alter die kinder in afrika brauchen holz aber noch nicht geil lächerlich ich finde es gut scheiße afrika kinder nur wegen euch warum ist denn jetzt schon da ich finde die designs sogar besser als von den heutigen mario fans ja das ist echt übertrieben das ist doch echt so diese röhe sind farbaufsteller das ist besser ja das gibt es mir ehrlich zu sagen ach halt doch dein in zwei runden zweimal drauf ich werde ihn das freuen müssen oder versuchen weil was er mir angetan hat das hat mir den sieg glaube ich sogar echt gekostet ich kann zurück danach kann ich meine ich kann aber auch nehmen wenn du schon zwei punkte hast das frage jawohl 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 das spiel ist so ca wo ist der bloß ich muss dich umbringen was du mir angetan hast ich werde dich umbringen ich hab dich immer verschont aber Fischfinger Fischfinger das klingt irgendwie auch wie so ne das sag mal nicht wie so ein richtiger Punkt wie geht denn das Spiel man ach so ja einfach nur werfen ne ich bin dann auch so ein schwulen Posi ich bin das so geil NEIN die Slut ist tot sie wurde in nem Keller gefangen Fick dich Waluigi ne wie so ein letzter Wichser ne komm ja man ja ok wenn du zu mir kommen willst ja bist du dumm Waluigi ja geil verarscht den NEIN ich hab nicht Waluigi bitte bitte ja das war alles die Taktik das war alles geplant das war alles predicted das war alles predicted das war alles predicted das ist die ersten gewonnen im Minispiel hä ich bin halt wahr hä ja ist Benenat im Kopf ich meine der Wahnsinn so verdient sie auch kein Spiel er wurde so lange ignoriert dass er irgendwann wahnsinnig wurde und dann deswegen kriegt er auch kein Spiel mehr die Abteilungsdaten hat gesagt nö war echt ich fände so ein Spiel von ihm geil aber was könnte man sich vorstellen von ihm gar nichts ich meine ist doch so ne keine Ahnung aber ich möchte wieder ein Spiel von Luigi haben definitiv ich bin wieder ein Wario spiel haben Wario ja wann ist das letztendlich her schon dieses WarioWare oder so hieß es hatte eins das hieß WarioWare aber es war eh trash also ja ok oh yeah oh yeah ja jetzt warum ich das noch nicht einzusetzen ne hehehe ähm ja komm verpiss dich stellvoksss nooo hotel fallball bitte was ist das aber das ist mit diesen wo man die sachen hinlegen muss ne oh ne das ist doch schon mal ein guter start in das Brett das ist so richtig schwul ne pöhm was geht hier eigentlich ab ich habe keine Ahnung boah ich bin voll abgegangen pöhm aber das ist meine Taktik im Spiel was was für Taktik ja man muss einfach nur runter spammen ja gar nicht drauf achten dass du was du bekommst und dann irgendwann kriegst du Punkte das stimmt eigentlich mein Sau aber ich glaube ich bin tot komm schon nein ich bin dabei gestorben boah guck mal hier ja siehste aber du bist jetzt ja als ob der dich jetzt noch rettet klar was boah ich bin jetzt wegen dem scheiß gestorben guck mal ich hab mich nicht gewinne das Ding hallo geht da jetzt meine Apfel ja klar mom ich hab gewonnen ich hab noch nie in diesem Spiel gewonnen ich hab genau 100 Punkte das ist das ist Schicksal das ist ein Zeichen oder was ja das Universum würde es gewinnen ich bin richtig stolz grad auf mich nennen dass ich das gewonnen habe ja nur weil das war nur Glück das war nur Glück okay da bei den dreien ist also keine Box ja raste halt aus muss klar uah 6 3 3 3 was und 3 3 3 warte mal ne leck mich leck mich leck mich nein fisse ne leck mich ne leck mich ne leck mich die fresse nein du weißt ja die Brücke ist immer links die Brücke ist immer johl fick dich warum ist die Brücke nicht links ne leck mich egal waren eh nur 18 Münzen i lost finde ich gut hehehehe 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 jawoll das ist aber ne scheiß Stelle jetzt bist du wieder am Anfang ja das ist voll scheiße ich bin in allen Feld weiter gekommen tschüss ich bräuchte heute noch ein itemfeld glücksgott wahl wahl bitte ja das findest du voll kacke ich findest du GOOOOOOL achso ja hehehehe wo Rike letztens eh wo wir da rumgeschrien haben ich klatsch dich einfach weg ich klatsch dich einfach weg erstmal die Slut penetrieren einfach dick in die Schnauze hauen äh bitte nicht ahhhhhh ich verstehe dieses Spiel immer noch nicht ahhhhhh f*** dich getrollt hallo du ja ich hab gewonnen was ich hab doch gesagt ich hab grad nicht hingeguckt alle waren noch da ich hab grad so die geguckt ich hab grad so die geguckt ich hab grad so die geguckt so waluigi gönn ich gönn dir das ne ich klatsch den so weg den Wixer ne ich klatsch den alle meine Eier ins Gesicht ne alle meine Eier so 5 hehehehe 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 schau dir nicht was er vorzüge zu NEIN hehehehe das ist so unglaublich schlecht ne hehehe oh Junge so ein Gelaber ja echt woher hat sie den keine Riegerin uhr uhr ob bitte ne ach ach die Fresse warte mal wenn du mir klaust dann hast du ja am meisten Geld Gätsin ne ja glaub mir ne ich klau nicht von dir warum weil du nicht das meiste Geld hast ja und Klammle nö sack hehehe ich will ich mag alle Coins haben für ne fott zu sein hmmm rip me rip 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 die Haupttour ist grad so kacke ja oh vielleicht vielleicht klaut sie ja dein Handy hehehe hey wie kommen wir denn zum Stil NEIN ähm äh etwa 10 wenn wir uns nehmen NEIN oh geil alter oh god oh god oh god nein find ich geil alter also läuft nicht hehe läuft nicht danke du kleiner Wichser läuft nicht ich hab keinen Bock darauf dass die mir den klaut so klar ist ja klar das war die Chinesen ja hallo ja und Das ist mir doch egal, bitte. Weil da waren sie mir. War das nicht, wo ich 100% gemacht hab? Nee, das hast du letztes Mal auch schon mal gemacht. Dann weiß ich noch nicht. Oh, der dreckige Wichser, ne? Noah mit Nase. Wie der aussieht. Ich hab Schilkehung geholt. Komm, Bro. Hä, als... Was ist daran, bitte? 26% hätte ich mal eins richtig. Was? Betrug, das Spiel ist... Wir haben schon die Blume richtig, hallo. Du musst mir voll in Support kriegen. Hat sie herzlich hochgesackt. Ja, Fonk. Das fängst du dir an, der in der Hochsackerei. Ja? Dieses Haus sieht ja mega schlecht aus. Ja. Holy shit. Warum kauft er sich einen Skelettschlüssel? Das ist so, da kannst du auch gleich die Münzen irgendwie in Arsch schieben. Das ist genau dasselbe. Bitte! Hoffentlich den Skelettschlüssel, ne? Ja! Nein! Lecherlich! Ich hab's gar nicht mehr tun, wenn du den Skelettschlüssel klaut, ne? Ach, laber doch nicht. Ja, jetzt klaust du mir! Oh ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder alles weg, wie deine Mutter. Was? Hä? Wie geil! Wie geil! Fick dich! Ich find's geil. Ah, Peach? Na, was? Alter, Fotze. Um 20 Uhr. Treffen im Keller. Halt die Fresse, Junge. Du wirst doch sterben. Keine, kein... Ja, ich hab ja... Ich mach ja nicht mehr was. Trotzdem müsste ich sterben. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Lächerlich. Und zwar, mach mal so 20. Null auch. Ja, null. Mach mal so 20. Ja. Buchensohn. Aber das reicht auch schon. Buchensohn. Aber das reicht auch. Das kam so. Ja, wenn Regentanz... Was ist da? Ah! Ich hasse das Spiel. Ah! Ich hasse das Spiel so krass, Alter. Ich hasse das Spiel so unfassbar lame. Ja! Ich hasse das Spiel! Oh, Luigi, du Wichser. Egal, ich krieg... Ich hasse das Spiel. Genau aus diesem Grund. Die boxen dich die ganze Zeit. Mich nicht. Ich hab nicht hier am Anfang geboxt, aber du hast trotzdem gut. Mitleid-Sense. Danke. Ich hasse das Spiel, ne? Ah, ist ein geiles Spiel. Ich hasse das Spiel so endkrass. Ist ein geiles Spiel. Ein Regentanz kommt nie dran. Was soll das eigentlich? Ist ein geiles Spiel. Ich kann jetzt wieder konkurrieren. Ja, das mach ich jetzt auch. 2-2. Ich muss es tun. Du wirst sowieso nicht gewinnen. Ja, sei mal ruhig hier. Ich predigte das jetzt schon. Ja, das glaub ich auch. Aber man muss ja gucken, ne? Ich werd das gewinnen. Es kann ja sein, dass auch irgendwas kommt, wenn man sich hochsacken kann. So, like a green oder so. Glücksgott. Okay. Okay, wenn ich nicht als erstes rankomme, ist das mir recht, weil... Dann kann man mal gucken, wie die anderen das machen. Ja, okay. Das sind so viele da. Das war... Bin ich dran? Nö. Sehr krass. Ja. Mega schlecht. Das passt doch nicht. Mega. Das ist doch geil. Ich will gewinnen. Ich hab ja auch noch nie gewonnen. Jetzt. Ich bin aber vor dem Honk. Komm, Bitch. Fuck. Ja, die macht viel zu hoch. Ja, guck mal. Und... 9. Ich hab gewonnen, oder? Ja. Hab ich das erst mal im Leben gewonnen im Spiel? Jawohl! Ich trink gleich... Weiß ich nicht. Wurstwasser. Wurstwasser. Ich hab weggeinwonnen. Was machst du eigentlich? Waluigi. Der ist behindert. Ich weiß nicht. Lebst du? Ja, tschüss. Münzen hab du wix. Oh, als ob der schon 35 ist. Ja. Bitte komm ich drauf, Alter. Das ist auch so geil. Vor allem sind ja auch noch zwei Banken. Ich hab drei gezeigt, aber... Egal. Ich hab's ja nicht grad schon so ein bisschen, ne? Das wär so geil gewesen, als ob ich hier bin. Aber da oben ist die Bank. Geil. Oh, nee. Wie geht denn das? Einfach lenken. Ach, einfach A drüben und Dings, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Tatsächlich, warte mal. Ja, ja. Mach weg! Ja, okay. Ratze. Ja. Hure, 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 Hure. Also, dass das ein Song ist. Nice, Ben. Verpiss dich. Jetzt verpiss dich. Jawohl. Ich verstehe dieses Spiel. Das war ja voll knapp. Jawohl, jetzt stirb. Gewonnen. Endgeil. Ich bin der King. Das ist voll dämlich. Das ist sogar das Geinspiel. Das ist voll schlecht. Als Battlefield ist das zu klein. Irgendwie finde ich, ist man so Hindernisse. Ja. So ist das so. Und die Raketen weglassen. Nee, die sind geil. Nee. Die facken voll ab. Nee, die sind geil. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nee. Oh mein Gott, es war Luis, du musst sterben. Du musst nie umbringen. Vorhin hat er noch gute Chancen, noch Fragezeichen. Ne, der Typ muss sterben. Jetzt holst du die scheiß Zauberlampe. Stimmt. Willst du sie noch mal raubtruhe holen? Sie hätten nicht mal Geld. Ja, okay. Blond. Ach, der Stein ist ja da. Ja, aber sie kann das eh nicht machen. Warst du nicht auch da? Nö. Jetzt weiß ich wenigstens, ob der Stern ist, ja. Ich glaube mit Fragezeichen, da werden wir noch voll rauskommen. Bis wir gar nicht mehr wissen werden. Was heißt es jetzt schon immer? Wir, also alle, bis auf Bitch, haben zwei. Und ja, Bitch hat mit eins. Doch, du bist ja wohl da, du laberst Dreck. Ich geh da aber nicht hin. Das bringt sowieso nix. Weißt du, das bringt. Ja, du hast eh nicht genug Geld. Und ich wär aus Browserfeld gekommen und das riskier ich nicht. Jawoll. Ja! What the fuck! Geil! Du wirst noch sterben. Alter! Hätte ich gar nicht, gar nicht mit gerechnet. Erkennst du das Muster? Ich erkenne es aber, die ich hab jetzt anders aufgenommen. Na. Terror, ah cool. Ah, 9-11. Geht was. Ist ein cooles Spiel, aber... Einfach hoch springen, ne? Ja, Jump'n'Run Skills. Hä, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, alter. Ja, war schon mal gut. Hallo! Hä, ich bin da hochgefuckt. Was? Ja, warum trifft er mich denn? Bist schwur oder was? Ja, wie soll das gehen? Ja, ist klar. Ich bin voll gut. Ich auch. Ja, jetzt nicht mehr. Jawoll! Hä? Voll schnell? Was? Ist es mal wie überhaupt so ein Hammergeil gekommen? Aber ich hab das durch Skill variiert. Stimmt. Ich hab auch Geld gekriegt. Hä? Ich weiß nicht warum. Wie viel denn? Weiß ich nicht. Okay. Der holt sich den dritten... Oh, er geht durch. Bitte geht durch, bitte geht durch, bitte. Jawoll. Ach, das ist ja auf der Stirn, ist schon nicht schlecht. Muss man sagen, das war ein guter Zug. Äh, bitte nichts geiles. Das kann sogar mal gut sein. Jawoll! Stimmt, das kann sogar echt gut sein. Don't know. Warte mal, wie viele Runden haben wir denn? Ähm. Okay, bei 10. Was war das denn? Ey, alle, wenn die bei der Bank hergehen, kriegen 4. Und ich nehme 2. Weil 4, 4 ist einfach geil. Man kann sich einen Fragezeichenpunkt snacken oder ein Item. Okay, jetzt sind alle 2. Jetzt sind alle 2. Okay, dass du drin tänzt. Ich muss mal jetzt gucken. Ach, die Fresse, ne? Ich hab grad so ne Idee, was du machen willst. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss ja oben lang, ne? Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Das heißt... Ach, ich fick dich, alter! Ja, als ob ich dir das gebe, ich bin doch nicht behindert. Ah, ich hab gedacht, du drängst nicht dran. Jetzt war das voll umsonst. Ja. Aber jetzt kann sich keiner einfach so was kaufen. Telekauft! Telekom. Telekom suckt. Hä? Telekauf suckt. Tele... Komm, Kim! Telekom ist echt schwul. Sechs. Ah! Ah, da hättest du jetzt das kriegen können, aber... Ich kann... Oh... No... Will... Oh Gott. Das ist jetzt intens. Will ich! Ja. Willst du. Willst du. Eigentlich würd ich's sogar machen, weil ich hab'n Stern. Mach einfach. Oh, das könnten wir jetzt alles vergeilen oder alles versauen. Vergeil! Ich mach's. Weg Affe. Warte, hab ich's jetzt echt gemacht? Ja. Mach jetzt. Es muss entspannt sein. Du hast eh schon einen Stern. Kann doch eh nix passieren. Doch, es kann sehr viel passieren, das weißt du. Ja, aber du kannst die Sterne ja nicht verlieren dadurch. Wo ist denn der Stern? Da unten. Also du müsstest so oder so da lang gehen. Waluigi göns ich den jetzt. Wer? Waluigi. Es wäre doppelt gut. Wenn ich hier gewinne, kann ich ihm einen Stern ziehen. Ne, siehst du. Dann möchte ich safe spielen. Ja, das bringt dir das. Dann lauf's noch einmal im Kreis und fertig. Ich mach's. Ja, mach's. Nein. Ich lauf noch einmal. Ich lauf noch einmal. Das ist das Geld ist mit zu quittern. Wenn ich das verlieren. Das wirst du. Pizza pronto oder Kacke. Ja, das kannst du nicht. Warte, bin ich mit dem Team. Ja. Warum kannst du das denn nicht? Weiß ich nicht. Wie, wie geht das? Ah, du bist der, dann ist es gut. Wie geht das? Du musst es mit A greifen und A werfen. Jawohl. Jetzt sieht es doch schon wieder anders aus, Digga. Woll, wir ziehen die volles Ohr ab ab. Was machst du da? Ich muss mal ein bisschen spannend machen hier, ne? Warum wird das nix? Jawohl, wie wir die abgebummst haben. Ich find der, die bauen irgendwie was für eine Deko bauen aus der Ocarina of Time, oder? Sag's jedes Mal. Echt hab ich das schon mal gesagt? Okay. Ja, dann ist es so. Das ist so. Sieht sogar echt nicht schlecht aus, aber ich will meinen Mund noch nicht so voll nehmen, weil dann krieg ich wieder auf die Fresse. Du kriegst auch noch auf die Fresse. Das war bis jetzt immer so. Du hast jetzt schon wieder drei hat der jetzt, alles klar. Das war bis jetzt immer so. Du hast immer so am Anfang. Oh, voll Lack. Und dann... Das ist echt so. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Da waren wir schon 800 Mal drauf. Da waren wir ja auch. Das ist echt so. Das check ich nicht. Das check ich nicht. Das kann ich echt nicht, alter. Das kannst du nicht kaufen. Das weißt du. Hm... Das ist mir sogar recht wenn jetzt nicht Hurensohn Kettenkarussell kommt das bitte Das ich hasse das Spiel das kam noch nie so oft vor als in diesem Netflix noch nie ich hab das so wenig gespielt Ja okay Ist das dein Ernst? Einfach Hurensohn Aber das Spiel ist verflucht das ist so das ist so geil dieses Spiel Das ist so behindert das Spiel Das ist so geil Nein Koch reinstellen Ach lerber nicht Hast du verdient Bitte alle geben mich Bitte nicht zweiter ich hasse das Bist du zweiter? Ich bin zweiterweiler Ich bin letzter Warte wie muss man das machen? Der letzte du musst nur A spammen das kannst du ja Ja okay Warte rauf A runter A um Da steht er ja Ja alles klar Waluigi mach das jetzt zu Wichser ne Ich klatsch dich weg Das ist ja auch einfach Ja der ist gar nicht schlecht Ja Ja genau lass dich noch mal ein paar mal treffen Schlampe Ich kann das auch nicht Schlampe Ich bin jetzt geowned alter Hallo du Bastard Hallo du Bastard Das ist so scheiße Ich kann das Komm komm Let go und Das war voll betrückt der Krugelwille Er hat voll getroffen ne Sie hat sich hochgesackt am Krugelwille ne Ja das kann man nicht gewinnen Ja das ist aber auch ein Scheiß Krack 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 Das ist voll das Müllspiel Das ist voll das geile Spiel Gibt's hier nicht dieses äh wie heißt das Gibt's hier doch noch Krabbeltütel? Weiß ich so nicht Bitte nicht ich Scheiße Was machst du überhaupt? Ich seh dich überall Wie Horrorhuhn Oder Trump Oder Trump Genau Trump ist unter jedem Tanz verbunden hier Ja du Wichser Aber das ist so geil Wenn man eine Raubtruhe hat und niemand was hat Und kann die alle so beeinflussen Du wirst noch sterben du Wichser Du wirst noch sterben Warum geht Ich verstehe den Typ nicht Der hat irgendwie gar kein Schema Ja das weiß der eine Die sind irgendwie gerade beide scheiße Oh Gott Wenn wer da rauflandet ne Gott sei Dank Gott sei Dank hab ich dir diese eine Dings ich gegeben hat Oh scheiße Das wäre so geil Das wäre so dumm von oben Zwei bitte nicht Ach die Fresse Auf jeden Fall Ich kenn das aus dem letzten Achso Ja 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 Du wirst sterben Nein Du wirst sterben Du wirst sterben Bitte der der äh Bitte den Preis erst Bitte nicht wer bekommt Wer heute Ja Stirn Jawohl Okay das geht auch Ja Ja genau Das ist doch schön Alter Kann man doch mal mit leben Bring dich um Halt die Fresse Du hast einen Sternen in den Arsch geschoben bekommen Ja um 30 Münzen Alter das tut mega weh Du hast den der scheiß Sternen in den Arsch geschoben Ja und Ja und Ja und Halt die Fresse ich hab gar nichts Nix mehr geiles kaufen Guck mal ich hätt das kaufen können Du Spacken Ja aber extra Was hast du alles Das kriegst du schon wieder Was du alles verdienen Noch ein stamm box Nein ich hab jetzt einen verdient Ich hab noch gar keine24 Du hast gar nichts hier verdient Doch ich hab noch gar nichts bekommen Ja Pech Was ist denn das für ne Scheiße Ja dreck ist das Klatsche euch alle weg man Ja hier nach wenden auf dem wie man auch sein zu können Der相 üblich geil ist啦 Ah ich bin wieder unter and a Ja. So. Ja. Deine Mutter stinkt nach Kot. Ja, die sind voll okay. Huchensöhne. Aber die letzte Karotte entscheidet eh immer alles. Wer hier die geile Karotte in den Arsch kriegt, das bin nicht ich, weil dieses Spiel... Ja! Ich bleib wie immer stehen, weil das Spiel macht so keinen Sinn. Ah, meine Finger krampfen, Alter. Ich hab gewonnen. Ah, das Spiel ist so behindert, ne? Das Spiel ist so geil, ne? Das ist so kacke, ganz im Ernst. So geil gemacht, ne? Ja, Luigi, halt mal die Fresse jetzt. Luigi. Er war alles Aula, aber das ist ein alter Raluigi-Wixer, ja. Hat schon wieder Platz getauscht. Der Typ, der ist echt überall. Ich dachte... Er holt sich schon wieder... Der hat eine Fragezeige gestellt. Ja, der hat einen Scheißpunkt, Alter. Aber er macht sehr gut. Er ist so ein dicker Kanne. Er wollte nach dem Park wenden. Achso, ja, die Wix haben müssen ja erst mal. Ich weiß gar nicht, wie lange der ist, aber ich glaub, im nächsten Mal... ...schneiden. Nö. Nö, oder wohl nicht? Ja, genau, jetzt klauen wir mal bitte. Klauer, klauer von... Ey, also jetzt mal im Ernst. Du hast einen Stern. Bitte, 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 bitte. Na, genau richtig. Irgendwie ist die doch schlau. Aber die meisten, die klauen, auch wenn der andere ein Münster hat, die klauen meistens an von ihm. Das hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, perfekt, perfekt. Sehr gutes Geld. Halt die Fresse, Junge. Ja, oder so viel kriegt sie auch beim Sacken ungefähr dann natürlich. Ja, sie hat ja auch beim Büro gesackt. Ja, den fetten Geister dick, Alter. Ja, jetzt muss man schon echt nachdenken. Ich hab keine Ahnung mehr, es juckt mich auch nicht mehr. Luigi ist da vorne. Na, hier. Dicks. Äh, boah, ich glaub auch im nächsten Part. Also der nächste Part ist schon Ende. Ja, halt die Fresse, du hast ein scheiß Dings bekommen. Aber, ich glaub schon, ja. Äh, ich würd sagen, wir im nächsten Part gucken, wie wär das Ding gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Dick. Tschö mit Dick.